Und jetzt holen wir uns die Belohnung ab, die wir gerade für das Töten des Banditenanführers gekriegt kriegen sollten. Verdient haben, so rum vielleicht. Da ist er! Ne, da ist er nicht. Mögen die Götter über eure Kämpfe wach! Da auch nicht. Ach, da oben. Aha. Wie komme ich da hoch? Hier muss irgendwo eine Treppe nach oben sein. Hallo. Ach, die Jäger-Gemächer. Das muss ich hier auch noch wecken. Hallo. Ich diene Jarlbaldruf als Fugt. Der Banditenanführer vom Lager Schener Strom ist tot. Ich bin wegen des Kopfgeldes hier. Ausgezeichnet. Ihr habt uns einen großen Dienst erwiesen. Hier ist eure Belohnung. Boah, sauber. 100 Gold. Boah, ein Haus in der Stadt. 5000. 5000. Genießt euren Besuch in Drachenfeste. Mache ich. Allerdings brauche ich jetzt mal einen Schmied oder irgendwas, wo ich was verkaufen kann. Bestimmt jetzt eh noch ein Balkon. Die Großstufe. Und, wo sind wir? Äh, was ist das? Ach, man sieht hinten aus der Stadt hinaus. Und was sehen wir? Einen Turm. Aber da wir draußen sind, kann ich die Schnellreisefunktion benutzen. Und ich reise schnell zum Anfang der Stadt. Ich habe hier einige gute Stücke, wenn ihr... Oh nein. Oh. Drinnen gibt es noch mehr. Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Graumähne. Was habt ihr zu verkaufen? Wollt ihr euch schützen oder Schaden austeilen? Alles. Verkaufen. Ja, eigentlich kann die auch weg. Pfeile, Eisenpfeile können mal weg. Und zwar alle. Stahlpfeile. Ja, kommen können auch weg. Ich habe eh keinen Bogen, Mann. Da ist mein Kolben, mein dicker, fetter Kolben. Und Bekleidung. Weg. Irgendwie habe ich jetzt mit mehr gerechnet, weil ich verkaufen kann. Eisenärz. Ich behalte einfach mal. Dietrich, 22. 22. Vergesst nicht auch drinnen reinzuschauen, falls ihr etwas braucht. Ja, drinnen drin hast du abgeschlossen. Ach ja, Mist. Ich hätte direkt zu diesem Wachtturm beamen können, um dann weiter zu den Vampiren zu gehen. Also, Wachtturm beamen. Yo. Oh, fuck. Boah. Ich dachte schon, das kommt hier voll, der Angriff. Ja, wo geht's denn weiter? Ich denke, da kann ich nur einen Kartenpunkt markieren. Da laufe ich einfach mal so schräg dran vorbei. Oder vielleicht auch diese alte Hütte hier. Na, ich kann ja mal rennen. Ist das ein Gegner? Was habt ihr zu verkaufen? Werft einen Blick darauf. Ein fahrender Händler. Kajit. Bohnzucker. Schlafbaumsaft. Scheiß Drogenhändler. Okay, das erinnert mich jetzt an Fallout. Nur ohne das Grüne hier. So, jetzt kommt hier wieder... Entdeckt. Na los. Entdecke es doch. Festung Raum, oh, entdeckt. Da gehen wir jetzt noch nicht rein. Erstmal gehen wir da hinten. Ja, wir sehen uns nicht weiter. Hä? Ich warne euch. Zurück. Ja, ich komme ja nicht da rein. Ganz ruhig. Noch nicht. Ich bin das Essener zu den Vampiren. Und man kann sich wohl auch in einen Vampir verwandeln, so wie ich das mitgekriegt habe. Boah, geil. Ihr scheiß Viecher. Ha. Direkt hat Wasser verpestet. Aber da hat man direkt wieder gehört, die Viecher. Boah, Mammut. Allerdings ist es sehr groß und mächtig, wie es aussieht. Ich lasse es mal lieber. Oh, was ist das denn für einer? Sieht aus, ob der Hunger hat. Oh, Mist. Ich dachte, ich kann mit dem reden, ey. Oh, nochmal. Oh, weg ist er. Nehmen Schaufel. Kann ich hier irgendwas aufgraben? Nö. Hätte ja sein... Oh, da oben geht es weiter. Cool. Darf ich bitten? Boosh. Haha. Das ist echt ein richtig geiler Effekt. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass der so viel bei sich hat. Ob zu rollen, den habe ich schon. Der hat selbe. Oh, guck dir das an. Geheimes Ritual. Magiker regeneriert sich 50% schneller. Oh. Eine Frau. Dimensionsbrücken, Drachenbaum. Wiegt nur eins und ist richtig viel wert. Oh. Ne, doch nicht. Hatte sich gerade eben so angehört. Wie weit ist das denn noch entfernt? Der Mammut hängt fest. Da hinten brennt irgendwas. Mann, hier gibt es ja überall was zu entdecken. Boah. Habt ihr das hier gesehen? Was war das? Ein Wolf oder was? Hat der Mammut angegriffen? Ja. Ich hau' ja schon ab. Den Schlafbaum entdeckt. Jetzt hüpft er da hoch. Ich denke mal, das ist dieses Ding da. Schlafbaum für die Mammuts. Kann nicht sein. Die Mammuts grillen sich keine Hyänen. Du hast erfolgreich Schlafbaum-Saft geerntet. Ach so, dann schläft man ein. Das Grüne war ihm auf die Map. Wie weit ist das denn noch weg? Das sah gerade voll nah aus. Ey, jetzt rennt sie schon... 10 Minuten. Oder haben die drangekotet. Oh fuck. Ja. Ist dein Dildo. Aber ist schon mal geil, dass man ja auch einen Gefährten hat, der einem so ein bisschen hilft. Und wenn man den verbrennt aus Versehen, dann wird er auch nicht direkt böse. Ich meine, wenn das passieren würde, könnte man ja gar nicht mehr kämpfen, wenn die dazwischen sind. Dann wären die ja immer direkt böse, weil man trifft die automatisch. Was ist das denn? Schade. Ich dachte, ich kann das umhauen. Da ist er. Okay, jetzt wird es gerade schon ein bisschen gruselig. In diesem großen Sack. Hey, seht mal. Eine Höhle. Was da wohl drin ist? Bin immer noch da. Wie ihr wünscht, Tane. Das mache ich aus dem Grund, ich weiß nicht, ob die gebissen werden kann und dann nachher als Vampir wiederkommen. Keine Ahnung. Deswegen gehe ich nochmal lieber alleine rein, dass da drin wahrscheinlich ziemlich viel Action gibt. Und ihr braucht es mir auch nicht zu schreiben, denn wenn ich dann mal weiter bin... Oh oh. Okay, schon infiziert. Nein, daneben gewusst. Oh, Gesundheit niedrig. Du solltest einen Trank trinken oder einen Halszauber anwenden. Oder einfach rausrennen. Oder sterben. Ah, ich nehme sterben. Guck mal, er saugt mich immer noch leer, so vom Weiten, so. Ich gehe mal wieder raus. Das hat noch keinen Sinn, weil so schnell, wie ich da gestorben bin und so wenig, wie ich den abgezogen habe. Wir brechen ab, wie ihr wünscht, Tane. Ich werde euch mit meinem Leben beschützen. Ja, dann komm jetzt. Ah, sie läuft. Jetzt bin ich hier hingelatscht und jetzt kann ich nichts machen. Aber, ich habe es jetzt auf meiner Karte. Nächstes Mal, wenn ich hier hin möchte, kann ich schnell reisen. Deswegen suchen wir uns jetzt ein anderes Quest aus. Finde die Rot-Vardonin. Nee. Das kann erst mal weg. Bring ein Nesselfluch in deinem Besitz. Das ist wahrscheinlich auch nicht viel einfacher. Und das war immer noch ein ganz Anfangs-Quest. Wo sind die denn versteckt? Ach, du Scheiße. Das kann man erst mal vergessen. Und das auch. Obwohl Flusswald... Brauche ich nur hier nach unten gehen. Brauche ich eigentlich nur von Helgen nach oben laufen. Aber das wird auch wahrscheinlich zu heftig sein. Gegen Hexen antreten. Aber versuchen wir es. So weit weg sieht es halt jetzt auch nicht aus. Dabei war es echt ja die ganze Zeit. Ich kann immer voll weit laufen dann. Ritten. Los, zoom doch dran. Ah, nee, geht gar nicht. Doch, muss doch näher gehen. Er geht nicht näher. Was hat er für... Doch. Das war dann aber auch schon. Na gut, jetzt muss irgendwann gleich der Weg nach links gehen. Könnte schon der Weg sein. Oh, das sieht böse aus. Hexe! Oh, sorry. Genug. Zu spät. Doch Hexen sieht so aus, ob man sich gegen die verteidigen könnte. Sauber. Oh, jetzt habe ich sie wach gemacht. Mit einem Mana-Schild. Doch. Mal wenn du brennst. So, wo haben wir sie? So, wo haben wir sie? So, warte, wo wir schon mal dabei sind. Ich mache jetzt nochmal einmal Steuerung, Einstellungen, was das für einen Unterschied macht. Lehrling. Lehrling. Also das ist der mittlere Schwierigkeitsgrad. Das eine war gerade schwer und dann gibt es noch extrem schwer. Mit Mittel habe ich mal angefangen, weil das irgendwie zu leicht war und jetzt wollte ich einfach nochmal den Unterschied gucken. Fuck. Natürlich war so eine Superhexe. Da greift sie an. Boah. Warte mal kurz. Ein Trank. Ein Trank muss her, Objekte. Ja, so gut wie tot. Favoriten. Ist da schnell hoch. Ich glaube, die Hexe kann eh ein bisschen mehr. Boah. Hexenrabe. Warte, ich speichere mal hier. Vielleicht doof. Ich komme mir bestimmt nicht mehr weg. Komm. Zaubertrank. Boah. Zaubertrank. Ach cool, so geht das. Nein, das hat er den die Keule aus der Hand genommen. Das ist doch blöd. Ich finde es sehr geil, dass... Warum ist dies geschwächt? Alles klar, dann kann die wohl nicht sterben. Brenne. Oh, fuck. Oh, fuck. Brenne. Oh, fuck. Nein, hängen geblieben an dem Baum. Okay, ich brauche mehr Ausdauer. Okay, ich brauche mehr Ausdauer. Hexenrabe ist schon ein Drittel tot. Vielleicht auch nur ein Viertel. Krass, ey. Krass, ey. Witzig ist, das Ding wird nicht schwächer, wenn der öfter schießt. Ihr werdet nicht die Oberhandel. Klatsch. Ja, das war knapp. Heftig. Gut, geplündert wieder im nächsten Teil. Tschööö.